Ja, mit einem Jugendlichen und Flotten hat sich Thomas ja gerade in den Baywatch Berlin Podcast reingemodet. Er hat sich so richtig fallen lassen wie ein Dad. Wo bin ich? Was machen wir hier? So, ich fühle mich da auch genauso wie du, weil wir sind nämlich jetzt wieder richtige kleine Hamsterlein im Hamsterrad. Und ich bin jetzt auch gerade eben, erst mal heute ist Dienstag und wir sind hier noch im Großhof. Atlashof, Studio. Atlashof, da wo Late Night Berlin aufgezeichnet wird. Und hier wurde das ganze Gefummeln hier von Pfeife aufgebaut. Und jetzt sind wir also direkt neben dem Late Night Berlin Studio, wo ich bis vor fünf Minuten noch die Sendung aufgezeichnet habe. Und jetzt ist hier auf einmal Baywatch. So haben sich früher, damals als die noch Termine hatten, haben sich so DSDS-Gewinner gefühlt. Die gehen so raus aus dem Studio und dann wurden die sofort vor irgend so ein Mikro geknallt. Dann kam Kena Amoa von Exklusiv und hat gesagt, wie fühlt sich das an? Da hat man sich die Pailletten noch nicht ganz aus dem Gesicht gewischt, weil die noch so vor Schweiß noch so an der Stirn kleben. Man stinkt praktisch noch nach dem Handschlag mit Dieter Bohlen. Und dann sitzt man eigentlich schon irgendwie bei Exklusiv und soll sagen, wie man Weihnachten verbringt mit der Familie oder so. Weißt du, dass man die Punkte vollkriegt. Die Punkte sind Punkt 9, Punkt 12, Punkt irgendwas. Und da muss man dann einmal das komplette Questionary einmal durchgehen, dass man dann so alle Fragen beantwortet, damit die in 100 Jahren noch Sendungen mit einem bestücken können. Du sagst ja immer, man fühlt sich dann so wie so eine Kugel im Flipperautomat. Und so geht es mir heute den ganzen Tag. Original folgendes passiert. Fünf Minuten bevor ich hingekommen bin und hier so opamäßig in den Sessel. Ich war im anderen Studio, nebenan machen wir nämlich, wer steht mir die Show? Auch noch! Proben? Ja, also ich bin auch immer so mal hier bei Late Night reingeguckt und gefühlt haben wir hier gerade das ganze Gelände. Du hast überall geschnuppert. Ja, es war geil. Reingeschnuppert. So und ich war, gerade wurde ein Spiel geprobt, da hat die Band irgendwelche Pop-Hits in Punk-Versionen gespielt. Währenddessen kam es aber zum Stau. Denn dann kam von rechts auf einmal so ein Rudel Cheerleader mit ihren Pompons und was weiß ich. Die standen dann da. Von links kam ein Einradfahrer und wollte wissen, wo er denn jetzt parken kann. Und dann kamen noch so Akrobaten, die auf den Fahrrädern auch so oben drauf turnen. Die haben währenddessen schon mal geübt auf der Fläche da und das alles kombiniert in fünf Minuten. Und dann habe ich noch gesagt, so und jetzt gehe ich Podcast aufnehmen. Der Dödel kommt ins Hasenkostüm heute. Ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass Podcasten eigentlich wirklich ein komplett anti-glamouröser Beruf ist. Guck mal, wie wir hier sitzen. Wir sitzen hier in einem kleinen Raum, in dem ein einziges Bild ist. Auf diesem Bild sieht man eine Szene mit Elias Embarek und Florian David Fitz und Dirk Klaas aus Late Night Berlin. Und ansonsten ist hier alles, was bei Ikea für die Rumpelkammer, kennt ihr das da, wo man so kaputte Ikea-Möbel noch so für einen guten Preis mitnehmen kann. Für das ist das schon zu scheiße, dass sie steht. Sowieso hier diese ganzen Adlershof-Studios, das sind so richtig so ein zukünftiger Lost Place. Also dagegen ist wirklich so ein Stromberg-Büro Hawaii. Ja, man sieht jetzt schon, ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, wie in 100 Jahren hier irgendwie so aufgekratzte Jugendliche so durchlaufen und sagen, guck mal, hier stehen doch die Tische, hier haben die mal Fernsehen gemacht, guck mal hier. Das wird das werden. Das ist doch der alte Türgriff, der ist so angegammelt. Das würde ich mal nicht unterschätzen, Klaas. Ich habe vor kurzem, habe ich mal so ein bisschen Harpe Kerkeling in Revival gemacht, habe an einem Sonntag kein Pardon geguckt. Ja. Also hervorragend gealtert und alles spielt bei dir im Studio. Ich weiß. Und die latschen auf denselben Gängen rum. Das ist mir auch, das war für mich, mein Gehirn ist explodiert. Das ist ja mein absoluter, absoluter, super, super, super Lieblingsfilm, weil das immer noch absolut so präzise die Fernsehlandschaft, wie kein zweiter Film beschreibt, kein Pardon. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ihr müsst ihn euch angucken. Alles, was dort gesagt wird, ist wahr und es stimmt. Und genau so ist das Fernsehen. Und dann habe ich den also schon früher in Oldenburg, gefühlt mit sechs, aber waren natürlich älter, aber ich habe den so ganz lange schon geguckt und auf einmal stelle ich fest, Moment mal, da wo die Fernsehansagerin das lustige Bummshäschen an die Wand drückt und sagt, na wo ist denn mein heißes Häschen hier? Da richtest du dir die Haare vor jeder Sendung. Genau, das ist da, wo ich verkabelt werde. Das ist genau da. Warte, da muss ich auch nochmal schauen. Aber gehört ja wirklich zu jedem Menschen, der eine Faszination fürs Fernsehen hat, gehört das so zum Standardwerk, was man irgendwie geguckt haben muss. Das stimmt alles, weil sie schaffen es nicht nur, dass was hinter der Kamera passiert oder während der Produktion, sondern sie nehmen ja auch noch mit, was zu Hause passiert. Und jeder, der mit seinen Eltern mal versucht hat, in der Jokun-Klaas-Show zu gucken, der kennt die Kommentare. Ich kenne die Zitate jetzt nicht alle, aber es dreht ja alles drum, wie kriegt man für so ein Schwachsinn Geld. Ja, das und irgendwie und dann wird man ständig immer gefragt werden, und wie ist der so und wie ist der denn so und da geht es ja auch darum, da muss er dann eine Packung Cookie Dent besorgen für Heinz Wescher, den großen Star und Peter Schlönske, also Habe Kerkling ist so ein bisschen holter die polter so zum Fernsehen gekommen und der große Mensch, den alle toll finden, hervorragend gespielt von Heinz Schenk. Der im echten Leben den blauen Bock moderiert hat und tatsächlich ein bisschen so ein Typ war auch in der Öffentlichkeit. Der spielt dann da also Heinz Wescher und der ist vor der Kamera der Liebling der Nation, aber hinter der Kamera natürlich ein völlig verrückter Arsch, der mit einer Hybris all das macht, was man einem abgehobenen, arroganten Fernsehtypen, der das Gefühl hat, ihm kann niemand was so unterstellen würde. Und da schickt er den also los als Laufbursche, sagt hier, hol mir mal Cookie Dent hier und geh mal los, dann besorgt er das von seinem eigenen Geld, will ihm das zurückgeben, da hat der aber gerade dann so eine Tänzerin da am Schlawittchen und sagt dann, was, Cookie Dent, das ist doch nicht für mich, ich bin doch kein Gebissträger nicht. Und schickt ihn wieder weg, also muss er das mit nach Hause nehmen und zu Hause in dem Geschäft, wo seine Oma und sein Opa, bei dem er wohnt, wo die sind, da stellt er das dann auf den Tisch und irgendwie seine Oma sagt dann, was sind das hier für Cookie Dent? Und dann sagt er im Vorbeigehen nur, nimm da die Finger von weg, das gehört dem Heinz Wäscher. Und dann nehmen die das so hoch wie den heiligen Graal, das strahlt so und da merkt man also dieses übertriebene Abfeiern von diesem Typen dann, was sich dann in der simpelsten Sache, die es überhaupt nur sein kann, nämlich so, ja, Cookie Dent ist wahrscheinlich so ein Zeug, was so so... Eine Hafttablette oder... Eine Hafttablette, was dann so Gebisse über einen reinigen kann. Ah ne, das reinigt, glaube ich, ein Gebiss, ne? Und es wird dann so hochgeheißen, es ist alles so witzig. Was wir machen werden, das schwöre ich dir, noch bevor wir alle in Rente gehen, werden wir diese Treppe da wieder aufbauen, in deinem Studio. Ja. Und dann wird da das lustige Glückshierchen, da wird da runterkommen. Das wäre schön, ja. Also großer Filmtipp, ne? Kein Verdammung, müsst euch einkommen, kann ich komplett, also wie gesagt, wer kein DVD-Player zu Hause hat oder kein Geld hat für Streaming, ich komme vorbei und erzähle den Film nach. Ich kann jedes Wort mitsprechen. Ich wollte diesen Podcast mal nutzen, um mit euch über Geld zu sprechen. Dafür brauchst du. Guter Einstieg, ja. Nein, nein, das nicht, also ich dachte, das ist doch gerade so ein Ort, wo man von manchen auch gehört wird, also ganz unprivat, ist auch der perfekte Rahmen, um mal über Geld zu sprechen. Folgendes ist mir passiert, ich war im Fitnessstudio und habe mich danach in der Kabine, da gibt es so Kabinchen, so zum Umziehen und da ist eine Dusche drin. Und da ist es dann so, nach dem Duschen ziehe ich immer mit so einer ganz ungelenken Handbewegung meine Jeans aus meiner Sporttasche. Und das kennt jeder, wenn man die am falschen Ende erwischt, dann zieht man die so hoch und dann fällt das komplette Münzgeld aus den Hosentaschen und verteilt sich überall. Eine Münze, 50 Cent sind ins Klo gefallen und ein Euro Stück ist an die Klobürste gefallen. So, und da habe ich gesehen, okay. Nein, nein, also das steckt so in diesem Becher von der Klobürste drin, weißt du, so auf diesen Borsten drauf und wie gesagt, das andere 50 Cent im Klo. So, und da habe ich gesagt, gut, Jakob, Gott will dich prüfen. Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Der Jakob-Lund-Mettigel hast du da gebaut. Das ist aber bei dir, das ist ja total gemein, weil beide Sachen, die eigentlich so deine zwei Enden deiner Persönlichkeit abbilden, nämlich einmal die Geilheit auf das Geld, aber gleichzeitig auch diese feine Art, dich dann doch vor allem zu ekeln. Und jetzt ist das eine praktisch ummantelt von dem anderen. Was machen wir nun? Ja, es war, genau, Gott wollte mich prüfen. Es war wirklich wie in der Bibel. Und es war aber so, dass ich, was die 50 Cent im Klo anbelangten, habe ich noch nicht groß in moralischen Kategorien gedacht. Da habe ich reingelangt und die rausgefischt, ja. Dann habe ich so die gewaschen und mir die Hände gewaschen. Und in dem Moment bin ich mal wie aus dem Schock wieder gewahr geworden und dachte, ach du Scheiße, ich habe gerade in Fitnesscenter-Klo gegriffen. Und jetzt kommt das Interessante. Ich habe mich gefragt, würde ich, wenn jemand kommt, irgendein Arschloch vom Fernsehen für irgendeine Dreckssendung und würde sagen, Jakob Lund, hier sind wir vom Fernsehen, würden Sie für 50 Cent ins Klo fassen? Dann würde ich sagen, jetzt verpisst euch vom Gelände. Und ich würde auch, wenn das, also natürlich nochmal, es macht den Versuchsaufbau unscharf, wenn man sich noch dazu vorstellt, das wird gefilmt, weil es ist immer Faktor 2 der Entwürdigung. Wenn man so ein Klo fasst, ist es nur für einen selbst entwürdigend. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Würdet ihr für 50 Cent, so wie ich es getan habe, ins Klo fassen? Nochmal, ich muss sagen, ich habe das jetzt erst geschnallt. Das waren jetzt ganz viele Worte. Und jetzt so langsam dämmern, du hast, also das war jetzt keine Vision, die du hattest. Ich habe schon peinlich schnell geantwortet aus Versehen. Du hast sofort, du hast da wirklich reingeschnitten. Also nochmal. Du hast die 50 Cent da aus dem Klo von der Fitnessstudio. Da war ich auch überrascht. 50 Cent im Klo habe ich sofort rausgefischt. Und den Euro, der liegt jetzt noch, das ist auch für die ZuhörerInnen wichtig, auf der Kackebürste drauf. Der liegt da noch. Willst du nochmal zurückfahren? Nein, na Moment mal, da kommen wir gleich zu. Das Gespräch folgt einer Gliedung. Ich sage euch, aus dem Affekt habe ich die 50 Cent direkt rausgegriffen. Lag die auf der Pfanne noch? Nein, im Klo, in dem Wasser. Das ist doch, wir sind doch nicht in Frankreich, wo man erstmal noch auf so ein Tablettscheißen macht. Auf den Karameln, auf dem Porzellan. Nein, das sind Flach- und Tiefspüler. Wo gibt es denn wohl noch Flachspüler? Nein, nichts. Also das lag im Wasser und da habe ich es rausgefischt. Und jetzt nochmal die Frage, mir ist danach klar geworden, ich habe jetzt für 50 Cent, 50 Cent haben, in ein Klo gegriffen. Ja. Und jetzt frage ich nochmal euch. Das hätten die bei Balls mit mehr Geld vergütet. Denke ich auch, aber jetzt nochmal, wie ist es bei euch? Würdet ihr für 50 Cent in ein Klo fassen und das Geld? Das ist eine ernste Frage. Natürlich ist es eine ernste Frage. Soll ich dir, was drumherum kann ich dir gut erklären. Sehr gerne und ich kann euch auch noch später sagen, aber es gibt natürlich gewisse erlaubnisgebende Gedanken, die einen auch zu dieser Handlung führen, das rauszuholen. Ganz klar. Ganz klar. Ich glaube, es ist tatsächlich der Kontext, der mir dort zu denken gibt. Denn natürlich würde ich, genau wie du, wenn jetzt irgendwie I bet you will, hier MTV früher, vor 20 Jahren, gesagt, hier würdest du das machen. Würde ich sagen, natürlich nicht. Oder dieses, da wo man immer so leise sein musste, da mit diesem koreanischen Meister. Ah ja, Fist of Zen. Fist of Zen. Das war herrlich, das habe ich wahnsinnig gemacht. Wo die immer in die Flasche gerülpst haben, einer musste daran riechen. Da war das Entscheidende, das spielte in einer Bibliothek, das lief auf MTV und alles musste ganz still passieren. Und da haben die sich so still gegenseitig gequält und da habe ich Tränen gelacht. Das war auch witzig. Aber ich hätte nicht mitgemacht. Das Ding ist nur, ich bin sehr unreligiös, also ich bin überhaupt nicht gläubig oder sowas. Und ich probiere mich auch von meinen abergläubischen Momenten komplett zu befreien. Das finde ich gut. Das schaffe ich auch zu gewissen Teilen, aber es gibt bestimmte Sachen, da schaffe ich es nicht. Das sind so Glaubenssätze, die sich irgendwie in mir verankert haben. Und es ist wie eine Zwangshandlung, dass ich das dann machen muss. Und wenn mir zum Beispiel Geld runterfallen würde, auch ins Klo. Und das wäre vorher mein Geld gewesen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt dazu verdienen würde, dass jetzt einer kommt und sagt, das ist ja gar nicht dein, aber nimmst das da raus. Sondern mir ist es runtergefallen und meine neue Geisteshaltung ist jetzt ja wohl, dass das dann halt weg ist. Weil es ist mir da reingefallen und ich bin mir dann ja zu fein dafür, das da wieder rauszuholen. Und also habe ich es auch nicht verdient sozusagen. Und dann komme ich zu so einem ganz Ureinspruch, der sagt, wenn den fände ich nicht, das ist das Tatsache. Und dann habe ich den so im Kopf, das ist ja einfach nur so ein Gelaber. Aber das ist verknüpft mit dem Aberglaube bei mir. Das ist verknüpft mit dem Aberglaube bei mir, dass ich dann denke, naja, also wenn du da jetzt nicht das ernst nimmst, dann wie soll das weitergehen mit deinem Finanzen. Das lässt sich ja schon, Schmitty, bevor du antwortest, um dir noch so eine Zentnerlast mit auf die Schultern zu schnallen. Weil da hängt ja eine ganze Philosophie dran. Geht man auch achtsam damit um, dass natürlich 50 Cent ist ja nicht nicht, das ist ja Geld, das ist ja eine Symbolik für Leistung letztendlich auch. Es gibt ja viele Leute, die sich freuen würden über 50 Cent. Würden Sie ins Klo greifen, Herr Schmidt? Eine differenzierte Antwort. Also ich hatte schon öfter das Problem, man sitzt auf dem Klo und da hat man so eine Jogginghose an und da hängt das iPhone noch so drin. Und mir ist das ein oder andere Mal beim Aufstehen dann das iPhone schon rausgepurzelt und so auf der Brille so balanciert und ich konnte es jedes Mal... Wie so ein Bus am Abhang in so einem Film. Und in dem Moment habe ich mir immer gedacht, wenn es jetzt reingefallen wäre... Marc, dass es heute so ehrlich wird. Ich weiß nicht, ob ich nicht einfach auf die Spülung drücken würde. Was? Bitte ein iPhone. Du würdest dein iPhone mit zwei Kackwurst runterspülen? Und dann würdest du wenigstens... Wie eine Kackwurst würdest du dein Smartphone runterspülen? Würdest du wenigstens vorher nochmal anrufen? Ja, find me, wie heißt der? Ja, wo ist? Wo ist? Richtung Alexanderplatz. Ja, nee, ich hab mir dann gesagt, aus meinem eigenen Klo würde ich so rausfischen, aber auch nicht mit der Hand, um Gottes Willen, sondern ich würde mit irgendwie... Du würdest warten, bis erstmal das Wasser da reingezogen ist, oder? Ein Stock da oder irgendwas. Ein Stock, was man so in Bad hat, Schmitti, ne? Das holt man doch dann. Ja, wie, was holt man denn dann? Ja, dann sei doch mal konkret. Keine Ahnung. Ein Stock. Ich nehme einen Kochlöffel, den ich danach nicht mehr benutzen werde. So. So, und dann fische ich das da raus und lege es unter das Wasser und dann kommt es in Reis, wie man das kennt, damit es wieder trocknet und dann läuft es irgendwann. Oder eben nicht. Ja. So, in meinem eigenen. Völlig indiskutabel, dass ich das auf einem fremden Klo machen würde. Ich schwöre euch, wenn das iPhone da reinputzeln würde, würde ich einfach sagen, schade jetzt. Dann könntest du doch mich oder Jakob anrufen, wir würden kommen und sofort reinpassen. Ich kann euch nicht mehr anrufen. Das stimmt. Ich würde zum Jakob ins Wohnzimmer kommen, wenn das bei dir passiert wäre, würde ich sagen, du, ich muss los zum Apple Store, tut mir leid, ist was Dummes passiert. Du kannst ja wirklich auch niemanden anrufen, die Problematik ist mir jetzt auch erstmal. Und jetzt würdest du dann noch spülen? Ja. Ja. Okay, du bist der Verrückteste von uns. Nö. Nö. Ich weiß, ihr habt da rumgekleckert mit euren, ob ich jetzt die 50 Cent und du hast da was gelabert von einer Bürde. Ich hab dir einfach mit aller Macht, hab ich dir diesen wieder zurückgepfeffert. Das heißt, die 50 Cent hättest du drin gelassen? Nein, würd ich hart überlegen. 50 Cent würdest du auch drin lassen? Muss ich das jetzt beantworten? Ja, natürlich. Was ist, wenn dir ein nahestehender Mensch da reingefallen ist? Gute Frage, Klaas. Ein sehr kleiner Mensch. Ja, also ich. Nein, aber wenn jetzt, ich will jetzt aber nicht, dass er das wirklich mit mir spielt. Doch, finde ich gut. Nein, will ich nicht. Doch. Okay, also, wenn ich jetzt ins Klo gefallen bin und ich bin voll bis vom Head to Toe, wie man so sagt, bin ich im Spülbeck. Wie Hanky, wie Hanky der Weihnachtscode, bin ich da drin. Ich würde mit der Bürste versuchen, dich da irgendwie so noch rauszufinden. Aber wenn du dann irgendwie so Pirouetten schlägst da drin, dann würde ich einfach ein bisschen Klopapier abreißen, drüberlegen und dann spülen. Du würdest dann eine Kamera auspacken und das noch an Pursiven verkaufen. Das glaube ich auch. Aber gut, ich finde, du hast ja jetzt auch auf so ein verschärftes Versuchssetting geantwortet, wo praktisch nach dem Stuhlgang dann das Handy noch sich da zugesät, ne? Im Wasser. Und bei mir war das ja ein sauberes Wasser. Das war ja nicht frisch bepisst. Das war ein ganz klares Leitungswasser aus Berlin. Und das ist auch ein feines Fitnessstudio, Schmitty. Deswegen nochmal. Hättest du die 50 Cent rausgenommen? Ich hätte sie nicht rausgenommen. Das tut mir leid. Ja, und den Euro habe ich da aber auch schwer im Gewissens dann liegen lassen. Da dachte ich, das ist dann vielleicht mal eine Gottesprüfung für den Nächsten. Weißt du, dann gebe ich auch mal so eine Inspiration mit für den Nächsten. Wenn du dich mal auf einer Kackebürste hängst, dann hole ich dich da raus, Junge. Es wird früher oder später passieren. Da gibt es hier einen Einsatz. Es wird früher oder später passieren und dann hoffe ich, dass du zu deinem Wort stehst. Ja, weil mir passieren immer so eine Dinger. Oh, er klebt schon wieder fest. Immer die dollsten Dinger passieren manchmal. Sag mal, ich möchte kurz von den Ochsenknechts noch erzählen, weil ich habe mir sehr gelacht. Aber ich will nur sagen, das ist hier Tit for Tat. Also wenn du von den Ochsenknechts erzählst, dann dürfen Schmitty und ich ganz kurz zu Kampf der Realitystars Stellung beziehen. Und noch später im Verlauf, das möchte ich jetzt mit dir verhandeln, sagen, wer im Sommerhaus der Stars dabei ist. Also du weißt doch gar nicht, in welchem Umfang ich jetzt über die Ochsenknechts reden will. Ja, aber du hast direkt Forderungen, als sei hier sonst was passiert. Ja, klar. Ich habe noch gar nichts gesagt. Du kannst doch gar nicht wissen, in welchem Umfang du das aufhören kannst. Jakob, du kennst den Mann jetzt wie lange? Zehn Jahre. Ja. Wie dumm bist du eigentlich? Warum das denn? Weil man lässt ihn erst mal reden und sagt danach, du hast ja auch gedurft, jetzt erzählen wir mal. Man macht doch nicht das Thema Time und Zeiten auf und so richtig dumm. Ich muss es aber trotzdem jetzt mal erzählen. Also es war so, Wilson Gonzalez, der nachweislich plietscheste dieser ganzen Show. Norddeutsches Wort für schlau. Ja, genau. Du musst jetzt keiner googeln. Und der sitzt in Malta, war das glaube ich, da drehen die die Außenschüsse vom Boot, von der Serie, in der er mitspielt. Und dann spielt er so ein Kombination. Hä, was für ein Boot? Ach, von der Serie. Auf Sky gibt es die Serie, das Boot zum Riesenerfolg damals und so. Und, ähm, steht er da und dann geht es wieder rum. Moment, sorry, Klasse, aber wieso drehen die das in Malta? Da ist es doch super warm und das Boot war doch im zweiten Welt, das war doch alles scheiße und kalt und so. Die drehen doch nicht den Film jetzt einfach nochmal als Serie. Das ist ja ein anderes Boot. Außerdem haben die da wirklich die alten so Festungsanlagen noch. Also die fahren jetzt einfach mit dem Boot nach Malta ohne den Krieg oder was? Die drehen da den Krieg, bist du bescheuert? Guck dir das doch einfach an. Nein, das spielt schon im zweiten Weltkrieg. Ja, aber die Festungsanlagen, die erzählen da zum Beispiel La Rochelle oder was weiß ich irgendwie. Ja, noch nie gehört, ne? Ja, guten Morgen. So, und, äh, es ist jetzt so, dass, äh, da geht es darum, dass, ähm, er ist dann wohl der Smoothie oder so. Also das habe ich nicht genau verstanden. Also der Koch, ne, in der Kombüse. Und dann ist er da und dann wird er gefragt, was ist denn nun mit dem Essen und wie läuft das denn da alles? Und dann sitzt er da so am Schreibtisch und gibt das Interview und sagt, ja, nee, dann gibt's da Quark mit Kartoffeln und so ein Freestyle, der so ein bisschen. Und dann fällt ihm so auf, Moment mal. Und dann wird er so ganz nachdenklich und sagt, ah, jetzt bin ich mir grad nicht sicher. Es ist später im zweiten Weltkrieg. Gab's da schon Quark? Und dann googelt er das. Dann googelt er das. Und dann, äh, und dann hört man so, dieses Kamerateam, diese gemeinen Hunde lassen ihn dann auch in ganzer Ruhe googeln. Und dann macht er so einen Tipp, Tipp, Tipp. Und dann, und dann ist er so, dann ist so kurz in Ruhe, weil er da so rumsucht und dann macht er so, oh. Also hier steht jetzt, das haben die schon im 15. Jahrhundert gegessen. Also auch gut, dass man das weiß jetzt. Also Quatsch, die Leute im zweiten Weltkrieg hatten viele Probleme. Aber wenn die gerne Quark mochten, dann konnten die sich ab und zu mal eine Auszeit nehmen vom Krieg und mal ein leckeres Glas Quark essen. Kartoffeln, waren die schon erfunden? Ich glaube schon. 1931 wurden die erfunden. Ja, von McDonalds, ne? Genau. Und irgendwann ist einer auf die Idee gekommen, die Pommes zusammenzuschieben und dann waren da so runde Dinger. Ja, ja, so. Sehr toll. Was haben wir noch? Ja, ich hab eigentlich nur einen kurzen Mini-Gesprächsfetzen mitbekommen und dachte mir, na der Urlaub kann ja heiter werden. Da saßen hinter mir im Flugzeug zwei ältere Damen und ich kenne das von meiner Oma so ein bisschen. Die ist auch immer mal in den Urlaub gefahren und da war ihr relativ egal, wo es eigentlich hinging. Sondern die sind immer mit dem Bus gefahren. Das war jetzt, meine Oma hatte nicht so viel Geld und die sind jetzt nicht mit dem Flugzeug da irgendwie in die Schweiz geflogen, sondern da ging es dann halt mit dem Bus los und sie wusste teilweise gar nicht, wo es hinging. Da waren die irgendwie in Hoyerswerda oder so. Da ist dann Semino Rossi aufgetreten, wenn du Pech hast oder Maxi Arland hat da die da belästigt da. Und sowas, da sind die da immer hin zum Kaffee trinken oder so. Und die ist dann immer mit ihrer Freundin Frau Lippke ist sie da hingefahren. Und die ist wahnsinnig seit 30 Jahren verheiratet. Warum haben wir sowas nicht? Nee, nicht verheiratet, also wie verheiratet, ne, warte. Und dann hast du die aber immer noch Frau Lippke genannt, ne. Obwohl die seit 30 Jahren, und das war jetzt auch nicht so, dass Frau Lippke war schon irgendwie eine Freundin von ihr, aber jetzt war auch so ein bisschen die Einzige, die mitwollte. Und die hat die auch nur genervt, weil Frau Lippke hat zum Beispiel ein großes Problem gehabt, die hat sehr laut immer Eis gegessen. Und die saß neben meiner Oma im Bus und hat dann Eis so richtig geschleckt, so ganz laut. Und das hat meine Oma eigentlich kaum ausgehalten und so und es war eigentlich alles so. Deswegen kenne ich also teilweise diese Zwangsgemeinschaften von älteren Leuten, wo man einfach sagt, man verreist mit denen, die noch da sind. Und so ein Pärchen saß hinter mir und ich habe wirklich nur einen ganz kurzen Dialogfetzen mitbekommen. Da wusste ich schon, wo es wahrscheinlich inhaltlich in dieser Reise hingeht. Da sitzen die beide da drin und die eine, die hat so ganz böse und schlecht gelaunt immer so nach vorne geguckt. Einfach so die Rückseite von meinem Sitz angeguckt. Und die andere, die war so ganz aufgedreht. Jetzt geht's los und jetzt fliegen wir gleich und bist du angeschnallt und dies und das. Und die quatschte die ganze Zeit durch. Oh, gibt's ja eigentlich auch was zu essen und wieso und kann man hier auch was trinken und wo wollen wir denn als erstes hin? Und ach Mensch, guck mal, hier sieht's aber nach Regen aus. Naja, wir fliegen ja jetzt und so. Und dann kam die Durchsage, wo die Notausgänge sind, diese ganz normale Standarddurchsage von der Stewardess. Und da fragte die dann nochmal was, diese stumme Frau. Und dann war der erste Satz von der stummen Frau, ich möchte diese Ansage jetzt hören. Jetzt quatsch mir doch eigentlich auch da noch dazwischen. Beide Güte. Und das zum Urlaubsbeginn. Und das war der Start und da wusste ich, da mag man jetzt nicht unbedingt dabei sein. Wobei die nehmen einen jetzt neuerdings in so eine ethische Gefangenschaft, in dem die dann vor dieser Ansage, da hab ich bei verschiedenen Fluggesellschaften mitbekommen, sagen, jetzt passen sie aber wirklich, also nach dem Moment, nehmen sie auch gerne die Kopfhörer raus und hören sie jetzt mal wirklich zu. Also die leiten das jetzt so ein, dass du weißt, das ist jetzt gar nicht so scheißegal, wie mir das ist. Achso, wenn das die praktisch ihr Publikum einfordern. Ja, dann sollen sie sich doch mal was ausdenken. Was interessanter machen. Immer so langweilig. Ich hab was. Fragen an den Prominenten. Habt ihr gemerkt, dass ich jetzt schon mal diesen Teufelskreis von, dass man so galante Überleitungen... Ja, da hast du dir gespart. Einfach gespart. Einfach gesagt, ich hab was, drauf gedrückt, fertig. Ich finde, es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie dann Leute kommen vom Deutschen Podcastpreis und sagen, wo waren die Überleitungen. Das ist jetzt nicht so eingefordert. Ich hab jetzt was potenziell für Pfeife zum Rausschneiden. Das sind mir die liebsten Themen. Ich hab da ein moralisches Problem, weil man die Protagonisten der Anklage, die ich jetzt vorbringen möchte, und die mit einer Frage an dich, den Prominenten, Glashäufer Umlauf verknüpfen... Wer kriegt nachher das Problem, du oder ich? Ja, ich weiß es nicht. Es ist kein wirkliches Problem. Es ist eine Frage, die nicht ich mir gestellt hab, sondern die ich weiterreichen möchte. Ich bin heute Morgen hier ins Studio gefahren mit dem Auto, und das nutze ich öfter, um meine Eltern anzurufen. Wie geht's dir? Wie ist es denn so? Und meine Mutter hatte eigentlich nur ein Gesprächsthema. Und zwar hat sie Günther Jauch geguckt am Wochenende und Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, denn sie wissen nicht, was passiert. Ja. Und sie war so schockiert. Was? Sie war so schockiert. Was ist passiert? Also sie konnte es nicht fassen, sie hat immer wieder gemurmelt, der ist doch schon 73 und so. Und warum macht er das denn? Und das gibt's doch gar nicht. Und der hat das doch nicht nötig. Warum macht er das? Sie hat mir von Szenen berichtet, dass ein Bett im Studio stand und Jauch und Gottschalk mussten sich hintereinander auf dieses Bett knien. Und du ahnst es. Dann solche Bewegungen machen, dass das Bett durch das Studio wandert. Und meine Mutter konnte das nicht zusammenbringen. Ihre Idole, Gottschalk, Jauch, der Mann, wer wird Millionär, der schlauste Deutsche. Und in dieser Sendung, da hatten sie so eine Glasscheibe, da haben sie sich durch diese Glasscheibe, haben sie so die Münder aneinander gedrückt und dann mussten so Kussszenen nachspielen und so. Und das ging den ganzen Abend. Meine Mutter war so schockiert, dass sie mir gar nicht erzählt hat, was ihr Rücken macht, was das Knie macht, wie es den Enkeln geht und so weiter. Sondern es ging nur darum, es ging nur darum, wie man diese, warum die sowas Entwürdigendes machen. Deswegen die Frage an den Prominenten. Ja. Was ist denn die Frage an den Prominenten da eigentlich? Wahrscheinlich irgendwas mit Würde im Fernsehen. Wie kann man im Fernsehen in Würde altern und was wäre für dich eine rote Linie? Kannst du mir vielleicht sogar noch oder meiner Mutter sogar noch erklären, was Thomas Gottschalk und Günther Jauch... Aber weißt du, haben die da so Ficki-Ficki-Bewegungen auf dem Bett gemacht? Nee, das ist ja, dann musst du dann ja. Wolltest du ja nochmal jetzt klarstellen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also es ist eine, damit wird deine Mutter nicht zufrieden sein mit dieser Antwort, aber es ist eine Einzelfallentscheidung. Man muss ganz klar, also gerade bei Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert, das impliziert ja so ein bisschen, dass sie nur nicht wissen, was passiert. Das heißt, man kann also schwer vorher abnehmen, keine Ahnung, man kann irgendeinen Dönickes machen, jetzt in Glas voll Senf haben sie Gottschalk auch irgendwie 1985 schon gestopft, als die große, das ist ja praktisch eine Aneinanderreihung von Wetteinlösungen, wenn man so will. Eigentlich ja. Wettverlust-Einlösungen. Ja. Das gab es ja früher auch und das muss natürlich ein bisschen im Verhältnis stehen zum Rest. Und vielleicht auch zum Alter. Ich glaube, bei Joko und mir geht es eher mal, da kommt ja so ein bisschen her, dass ich hier als Experte rangezogen werde, nehme ich mal an. Da würde man jetzt auch nicht alles machen, also bestimmte Sachen lässt man dann auch eher, aber das ist eine sehr individuelle Sache. Beispielsweise, ich finde beispielsweise auf dem Boden robben für mich sehr würdelos. Weiß ich nicht, woher das kommt. Musste ich letztens machen, fand ich gemein, aber ich habe ja das Glück, dass wenn ich vorher nicht weiß, was passiert, dass die meisten Leute, die bei uns arbeiten, so ungefähr wissen, auf was ich keinen Bock habe. Ja. Und deswegen lassen die so bestimmte Sachen weg und da braucht man schon ein feines Gespür. Aber auch, weil du uns immer jahrelang Feedback gegeben hast. Ja. Also du hast gemeint, Leute, Leute, ich war durchaus überrascht von dem Countdown-Moment. Ja. Aber, jetzt setzt euch bitte mal da hin, ich möchte sowas nie wieder erleben. Exakt, genau. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ein paar Mal gehört hat, nicht Thomas Martins ist, dann hat man irgendwie irgendwann ein Gespür dafür, womit man dich wirklich überraschen kann und wo so die Grenze ist. Genau, ich glaube, man muss einfach dann doch, gerade bei dem größtmöglichen Blödsinn, und für den bin ich ja schwer zu haben, das liebe ich ja, und das würde ich auch lieben bei Jochen Gottschalk und das würde wahrscheinlich auch deine Mutter lieben, weil Blödsinn und albernen Kram zu machen, da kann man ja gar nicht alt genug sein. Das stimmt, ja. Ja, aber es gibt diese eine Grenze und das ist dann, interessanterweise braucht man, um auszumachen, ob es jetzt den Shark jumpt, Cringe-mäßig, braucht man dann doch ein feineres Gespür, als man so meint für so eine Krawallshow. Ja, aber wie soll man... Weil so eine Krawallshow macht nur Spaß, wenn die so auf der Grenze lang tänzelt. Und in den allermeisten Shows dieser Art passiert genau das nicht. Dann sitzt da Boris Becker, hat so eine Fliegenklatschmütze auf und das verfolgt ihn also mehr als das Bild in Handschellen vorm Knast, ja? Sein Glück. Aus heutiger Sicht. Man wusste ja nicht, was noch kommt. In dem Fall sein Glück. Und ich glaube, das ist der kleine, feine Unterschied, dass man irgendwie dann gucken muss, was passt zu der Person. Und jetzt Jauch und Gottschalk in so einem Bett und die machen dann halt so Bumsbewegungen, damit sich das dann da bewegt. Das will man dann nicht sehen, weil man dann denkt, ei, 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 wäre mal lieber bei Haribo geblieben. Aber jetzt sag ich dir auch mal was. Ich muss aber für meinen lieben Freund Thomas Gottschalk hier einspringen. Er weiß doch nicht, weil er interessiert sich vorher nicht für die Sendung. Nein, Moment mal. Also erstens, ja, hast du recht. Er weiß ja nicht, was passiert. Ist ja Konzept. Ja, aber auch die Leute kennen ihn nicht gut genug, weil er nicht seit 30 Jahren da ist, sondern weil das normale, und das ist jetzt nicht abwehrend gemeint, aber es sind normale RTL-Redakteure. Man muss doch gar niemanden gut kennen, wenn man weiß, man muss ja nur auf den Pass gucken. Wir sind doch eine kulturlose Bande beim Fernsehen. Das ist doch, also kann man das doch nicht erwarten. Ich glaube, und das finde ich an Thomas Gottschalk, und das fand ich auch 100 Jahre gut. Wenn er bei Wetten, dass war, dann hat er da irgendwie, was weiß ich, Kylie Minogue und Tom Hanks da verarztet und zwischendurch noch Paul McCartney. Und danach hat er sich in Senf tunken lassen. Und das fand ich immer eine große Qualität. Das hat er ja auch nicht immer gemacht. Jetzt will ich doch hinaus, Kylie, hallo. Er hat einmal sich in Senfglas getunkt. Du machst ja immer, als wäre er jede Sendung in irgendein Senfglas, oder hat sich mit einer Gottschau abschießen lassen. Nee, aber er war, selbst noch zu einer Zeit im Fernsehen, also Mitte der 80er, ist er schon in so einen Peinlichkeitsbereich vorgestoßen, als es noch im Fernsehen gar nicht en vogue war. Und ich glaube, selbst so eine Szenerie ist dem gar nicht was, wo der jetzt nach der Sendung sagt, oh, das war aber peinlich und wenn das nicht live wäre, würde ich es gerne rausschneiden lassen. Dann sagt er aber so, das habe ich den Leuten irgendwie einen Spaß gemacht und das war herrlich und tschüss und bis morgen. Ich glaube, die haben sich bei der Entwicklung der Sendung, haben sich mit Gottschalk und Jauch getroffen und haben gesagt, wir müssen das da, also ihr wisst dann absolut nicht, was passiert, da müsst ihr euch auch ein Stück weit drauf einlassen. Und dann haben die gesagt, ja, also da lassen wir uns drauf ein. Bringt uns was, wir können mit allem umgehen. Wir sind alte Hasen, wir haben alles schon mal erlebt, ihr könnt uns nicht mehr überraschen, wir machen euch alles, was ihr uns hinstellt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und bei Günther Jauch ist nochmal eine andere Nummer. Warum? Also der ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass er im Senfglas gesteckt hat. Na, aber da vergisst er aber die wilden Jugendjahre des Günni J. Der ist auch schon mal aus dem... Der ist auch ein verrücktes Huhn. Ja, der ist auch schon mal aus so einem Helikopter oder sowas in einen Teich reingesprungen. Ja, da guckst du aber wie... Okay, dann sag ich mal, wenn du früher aus einem Helikopter in einen Teich gesprungen bist, ne? Ja. Und irgendwann machst du, wer wird Millionär, hast da ein gutes geregeltes Auskommen und bist irgendwie ein patenter, gemachter Mann. Ja. Dann kommst du doch nicht irgendwie nach 50 Jahren wieder auf die Idee, aus einem Helikopter in den Teich zu hüpfen. Wieso? Das ist doch das Mysterium. Ja, aber da widerspreche ich dir so ein kleines bisschen. Wenn der nun mal da noch irgendwas da in sich wohnen hat, wo er sagt, ich bin jetzt halt nicht nur der Herr Fragensteller hier und bevor ich hier komplett erstarre zu so einem Denkmal, so einem deutschen Fernsehdenkmal, mache ich jetzt nochmal irgendwas, was ich witzig finde, weil das, wenn man es grundsätzlich beantwortet, da bin ich schon sehr bei Thomas Gottschalk, der sagt, ja klar, kann man hier in Würde gehen und so, nach der letzten Wetten-das-Sendung vor mittlerweile, weiß ich nicht, gefühlt 15 Jahren, da hätte ich dann so einfach gehen können, aber was habe ich denn davon, wenn ich zu Hause würdevoll auf der Couch sitze? Was habe ich denn davon? Ja. Nur damit alle denken, ich habe das würdevoll gemacht, indem ich mich jetzt hier zum Sterben in meine Höhle zurückziehe und jetzt hier irgendwie erst, ist das ganz besonders würdevoll, wenn ich erst in 20 Jahren wieder von mir hören lasse oder so, willst du gelten, mach dich selten und während der Zeit sitzt du dann irgendwie dunkel zu Hause und freust sich darüber, dass alle denken, dass man so ganz würdevoll sei. Das ist doch langweilig, wenn du, wenn du noch irgendwie was erleben willst und dir langweilig ist und du sitzt zu Hause und denkst, ich will jetzt einen Podcast machen, ich will zehn Fernsehshows machen, dann will ich hier noch bei RTL so tun, als wenn Alexander Klaas der Jesus ist. Ich will das alles machen, mir doch egal. Das verstehe ich total und davon hat man gar nichts, wenn man so seine kleine würdevolle Erscheinung da zu Hause da feiert mit niemandem. Klaas, das verstehe ich und trotzdem hat er sich auf dem Bett gekniet und den Jauch durchs Studio gebumst, ne? Ich sage ja, man muss das eine Einzel... Da ist nochmal ein feiner Unterschied. Das ging ja, meine Antwort ging ja los mit, das ist eine Einzelfallentscheidung und den Jauch durchs Studio bumsen sollte niemand müssen. Keine in welchem Alter. Ja, und der Jauch sollte sich auch nicht bumsen lassen. Nee. Also ich weiß nicht, ob meine Mutter jetzt damit zufrieden ist, aber sie kann das ja mal, sie kann es ja selbst beurteilen. Ja, keiner sollte zur Primetime-Günter Jauch bumsen. Mir ist was aufgefallen, ein Phänomen, das werdet ihr alle kennen, aber mir ist auf einmal so der einzig richtige Name dafür eingefallen und zwar, das haben wir alle auch schon beobachtet, jetzt stellt euch vor, in so eine Bürosituation und jetzt kommt jemand, und so war es jetzt letzte Woche geschehen, mit einem neuen, ganz besonders süßen Hund rein. Ein ganz kleiner, wirklich wahnsinnig süßer Hund. Und dann kommt das Phänomen, und das möchte ich wie folgt nennen, dann kommt es zu einem kollektiven Cute-Gasm, weil dann scharen sich Leute um diesen Hund und machen Geräusche, die sie nicht kontrollieren können, nämlich so, oh, ho, 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 ist das süß. Wie du im Grill-Royal. Exakt, oh, oh, nee, ho, 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 ho. Und dann kommen diese Geräusche, und ich hab das Gefühl, keiner, der dann so im Kreis steht und Teilhabe von so einem Cute-Gasm ist, kann das kontrollieren. Jeder Mensch ist dem ausgeliefert zu dieser körperlichen Reaktion. Ist das der Boris? Nee, das war nicht der Boris, das war ein neuer Hund von Paul, von Cutter Paul, den er kurzzeitig mit in die Firma eingebracht hat, der wirklich wahnsinnig süß auch war. Der Boris ist auch süß. Und ich hab jetzt gefragt, der Boris, der wird demnächst mal am Wochenende bei mir Urlaub machen. Wirklich? Ja. Echt? Ja, weil der Boris ist so zutraulich. Von wem ist denn der Boris? Von Franzi, vom Kostüm. Und Boris ist ein ganz zutrainer, der mag mich wohl sehr, also auch alle anderen Menschen, aber mich eben auch. Und er hat damit kein Problem und das ist ein ganz kleiner, ganz süßer Rauhaardackel, den find ich so richtig süß. Der ist auch schon mal mit mir in die Maske gekommen. Und dann kann ich immer sagen, Boris, komm mal her. Wie oft hattet ihr schon einen Cute Gassam, aber nur aus gesellschaftlichem Druck? Nee, mach ich nicht. Weil alle um dich rumstehen und dir denken, das ist ein herzloses Vieh. Ja, guter Punkt, weil genauso, es gibt eine riesengesellschaftliche Erwartung. Da bin ich ja Markenbotschafter der Idee, das nicht zu tun. Ich hatte meinen letzten Cute Gassam vor diesem Hund bei dem Pferd, bei dem, was wir hier als Überraschungskaster haben, dein kleinster Pferd der Welt. Pumuck, ey. Oh, da hab ich auch so richtig, oh, süß, bis er seinen Pimmel ausgefallen ist. Da war's dann vorbei. Ja, den hat er wieder über den Boden geschnitten. Genau, aber nee, da weigere ich mich gegen, das zu machen, nur weil Leute das machen. Das sollte man nicht tun. Wobei, bei Babys macht man das, ne? Wenn jemand ein Baby zeigt, dann muss man das machen, ne? Wenn jemand das iPhone rausholt und dir die Kinderfotos zeigt, dann machst du... Dann muss man das auch. Aber da muss ich wirklich sagen, da muss ich mich keine Sekunde dazu zwingen. Ja, das ist ja auch süß. Das find ich immer süß. Ich bin nicht arbeitsfähig, wenn so ein Baby im Raum ist. Das stimmt, das hab ich schon oft beobachtet. Das ist so süß. Und deswegen, ich muss auch immer aufpassen, dass ich dann, weil ich schon auch manchmal, wenn ich dann so in der Öffentlichkeit starre, ich auch Babys an. Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Dann hast du auch schon so ein leicht wässriges Auge vor Glück, weil das so süß ist. Ja, ich liebe kleine Babys. Aber da muss man also aufpassen, dass man da nicht so übergriffig... Aber ich finde das auch so niedlich, wenn man so sieht, dass die Eltern auch so glücklich sind mit dem Baby und wenn die so niedliche Eltern Babysachen miteinander machen und man merkt, dass die das so gar nicht mitbekommen, dass andere Leute das auch sehen oder so. Oder wenn die so Stress haben dann auf Reisen und so, dann tut mir das auch manchmal dann leid. Und dann merkst du aber auch, die sind auch bereit dazu, dann diesen ganzen Stress auf sich zu nehmen. Und das find ich dann wiederum rührend. Und wenn ich das alles denke, hab ich die schon zehn Minuten angestarrt. So weird. Du hast auch für den längsten Cute Gasm überhaupt gesorgt. Nämlich wir waren letztes Jahr auf einer größeren Feier gemeinsam. Ja. Und du hast irgendwann, während wir schon sturzbesoffen uns den Sekt da reingeknallt haben und so, hattest du ein ganz kleines Kind von irgendjemandem genommen, weil das hat so geschrien die ganze Zeit. Das fand es nicht so gut. Ach stimmt, das haben wir ja gesagt. Du hast es auf den Arm genommen und nicht nur fünf Minuten, sondern irgendwie stundenlang bist du alleine mit dem Kind von A nach B gelaufen. Ja, na, das war folgendermaßen so. Eine Familie, drei Kinder. Und Schmidi und ich haben uns da schon Heroin gespritzt, weil wir so in dieser Feier aufgegangen sind. Ja, aber guck mal, das war nämlich so, da waren Eltern mit drei Kindern, zwei älteren und ein ganz kleines frisches. Und dieses ganz kleine frische hat die ganze Zeit gebrüllt. Und die Eltern wollten natürlich jetzt einmal im Leben, trotz Kinder und trotz allem, wollten die sich praktisch auch mal so mit Leuten unterhalten und wollten auch mal da so teilnehmen daran. Und dann dachte ich mir, dass vielleicht, wenn die da Lust zu haben, würde ich jetzt anbieten, dass ich jetzt mal den... Win-win, du hattest kein Interesse. Ja, genau. Ja, ich hatte kein Interesse, mir war das egal. Und dann dachte ich dann, dann probiere ich das halt mal. Und dann habe ich es geschafft, dass das eingeschlafen ist. Wirklich? Ja, das Baby ist eingeschlafen, habe ich dann ganz vorsichtig wieder in den Kinderwagen wieder reingelegt und es hat dann auch durchgepennt. Und dann war das einfach erledigt. Das hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, also ich würde das gerne in Duden eintragen lassen, cute gassen, weil es gibt dafür noch kein Wort. Ist das wirklich was Gutes erfunden? Habe ich erfunden, ja. In dem Moment erfunden. Wirklich gut. Finde ich auch gut. Das ist ein richtig guter Hashtag auch. Weil das habe ich auch wieder gedacht, es gab so neulich bei Twitter, gab es wieder so Bilder von so Fuchsbabys. Und da konnte ich auch nicht an mich halten. Dann klotzt man so seelenlos auf sein Handy und war so, oh süß. Ja, aber da bist du auch für empfänglich mit. Ja, so Fuchsbabys. Was er gerne mag, sind kleine Baby-Olen. Alle Baby-Olen. Also ich gucke nur, ich habe TikTok nur für Tiere. Ja, ich weiß. Für blöde Katzen, dumme Hunde. Oh, ich hatte heute in der Sendung, gerade eben vor halbe Stunde, war so einer hier, so ein Überraschungsgast, ein TikTok-Mann. Koda heißt er. Koda, genau. Koda hieß er und der hatte ganz viele Viechers mit. Was für Viechers? Ja, der hat zu Hause auch solche, die du da hast. Der hat zu Hause, hat er auch noch so Echsen und sowas. Ja, so Echsen und sowas. Und er hatte eine Schlange dabei. Da weißt du besser Bescheid, ich weiß nicht, wie die alle heißen da. Da hättest du dich mit dem mal unterhalten müssen. Vielleicht ist er noch hier, dann könnt ihr gleich ein bisschen fachsimpel noch. Der hatte auch einen Tausendfüßler. Und da hat er mir vor der Sendung erzählt, dieser Tausendfüßler, man denkt jetzt so, ist halt so ein fies aussehendes Ding, ne? Aber der ist so beefy dick gewesen. Und der, wenn der dich beißt, dann tut das ultra krass weh. Und da hat er auch wieder so eine neue Angst bei mir so freigespielt. Weil dann hab ich gesagt, ja wie, wo kann denn der lauern? Und so, ja in Asien. Dann hab ich gesagt, ich würd's schon gern genauer wissen. Dann meinte er ja, so in Malaysia zum Beispiel. Dann hab ich gefragt, ja, was kann sein, dass ich so in Malaysia im Hotel sitz und dann fällt der mich an. Dann sagt er, ja, exakt so. Wie, was der, der kann, den Lebensbereich von dem Hundertfüßler kann er nicht weiter eingrenzen als Malaysia. Ja doch, also überall da. Also Asien und in Malaysia ist da wohl anzutreffen. Würdest du wegen so einem Käfer da, würdest du den Urlaub streichen? Ich trau's dir zu. Ja, ich würde jetzt, wo ich das weiß, würde ich jetzt nicht unbedingt nach Malaysia reisen. Wirklich, ernsthaft? Warum soll ich denn? Mich hat das auch gegruselt, als wir damals in Australien waren. Wisst ihr noch, wir waren noch da im Outback und haben da die Kängurus gerettet und dann war's doch so, dann hat da irgendwie so ein Farmer kam auf uns zu und der hat erzählt, also hier, muss man einfach nur wissen, hier sind im Grunde alle tödlichen Tiere der Erde, sie sind jetzt hier auch hier. Ja, das fand ich auch gruselig. Und dann hab ich gesagt, Moment. Das weiß ich nicht mehr. Ja doch, das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, wie, die sind hier. Ist das da, wo ich von dem Pferd gefallen bin? Ja, aber er hat gesagt, Entschuldigung, aber du weißt es nicht, weil wir es dir verheimlicht haben. Weil wir wussten, du machst nichts mehr, weil deine ganze Aufgabe war darin, im Dreck rumzurennen und auf dem Boden rumzurennen. Wir sind jetzt raus. Ja, das stimmt. Ihr seid doch die allerletzenden Menschen. Ihr habt mich in Lebensgefahr gebracht. Wir haben gesagt, das sagen wir eben nicht, sonst ist der Dreh gestorben. Das habt ihr nicht gesagt. Du musstest in so ein Erdloch reinklettern und so. Da haben wir gedacht, uiuiuiui. Weißt du, als wir gedreht haben, dass der Guide, dieser Typ, dieser Andrew mit der kurzen Buchse, der dann so auf dich trifft, aus so einem Felsen. Das war so ein Jeremy Fragrance aus der Natur. So einer war das nämlich. Weißt du, als wir gedreht haben, wie der auf dich trifft und wir waren da an so einem Felsen. Ja, weiß ich noch, wie der da seine Michael Jackson Moves da oben gemacht hat. Und genau da, das war der gefährlichste Bereich von diesem. Das müsst ihr mir doch sagen, das ist doch unverantwortlich. Und weißt du, was da alles gelauert hat? Da hat, also der hat erzählt. Ihr seid die letzten Menschen. Das war derselbe Dreh, wo wir uns angefaucht haben, weil ich da mit diesem... Als ich dich Weißer Schwabbel genannt habe. Ich weiß das doch. Und dann erwartest du kurz danach, dass ich dich davor rette, vor den Spinnen und Stamm. Da haben wir den größten Streit der Welt gehabt und da ist mir das rausgerutscht. Und dann hast du gesagt, du kannst nicht rennen. Da habe ich gesagt, du kannst nicht rennen. Dann haben wir irgendwie so darüber gestritten, wer stärker ist oder so. Es wurde so sehr, sagen wir mal, aufs Wesentliche. Sehr toxisch. Wir waren also so sauer. Dann haben wir in der Zeit, also waren wir beide noch sehr interessiert an Zigaretten. Die gab es aber nicht so in den Stückzahlen, die wir die gerne gehabt hätten. Und dann gab es nichts zu essen. Dann war dieser Dreh ultra nervig. Dann gab es auch irgendwann nichts mehr zu trinken. Dann wusstet ihr ja offenbar, das weiß ich jetzt auch, dass das die Stimmung mal ein bisschen angeheizt hat, dass da noch überall da die totbringenden Viecher waren. Und dann ging es darum, dann sollte ich, weil er hatte im Kopf, ich soll so rennen und zu Run by Run von Woodkid soll ich da durch die... Tue ich übrigens auch. Könnt ihr euch anschauen. Habe ich dann alles gemacht und dann war ich ihm nicht schnell genug oder sowas. Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall hast du mich immer so beleidigt, dass ich dann nicht, so körperlich nicht... Und ich kam ja nicht hinterher, weil ich konnte nicht besonders schnell rennen. Und dann habe ich gesagt, du kannst ja auch nicht rennen. Dann hast du völlig zu Recht gesagt, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich fühle dich, Alter. Und dann bin ich ausgeflippt. Stimmt. Jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr... Achso, wegen dem Schlangentyp. Da waren, da sind wohl Schlangen, da hat der Farmer gesagt, da hat der Farmer gesagt, dass er neulich da in der Prärie gekackt hat und dann guckt er runter und dann hat er so eine Klapperschlange in der Buchse, ne? Und nicht seinen Penis, sondern eine echte Klapperschlange, ne? Und dann musste er da so, ne, beim Geschäft losrennen, damit er nicht gebissen wird. Und er hat uns gesagt, es ist so, er hat das Gegengift im Kühlschrank und das passiert ungefähr zwei, dreimal im Jahr. Und noch letzte Woche wäre so ein Nachbarskind von zwölf Jahren im Bett, also von so einer Klapperschlange 75 Mal ungefähr gebissen worden, ne? Und das war da für jemanden... Im Bett! Im Bett, weil im Bett lag die Klapperschlange. Also da gab es Klapperschlangen, dann gab es noch eine noch gefährlichere Schlange als eine Klapperschlange, die sich tarnt wie der Boden und dann tritt man aus Versehen auf die rauf und dann ist die so sauer, dass sie einen Tod beißt. Die ist da auch, die ist da auch! Weil ich hab dann noch so zu ihnen gesagt, naja, wahrscheinlich ist es doch aber so, die haben mehr Angst vor uns als wir vor denen. Und die Quatschern, dann meinten, nein, wenn man auf die drauf tritt, dann sind die super sauer und beißen einen sofort tot. Das gilt ja nur für Tiere, die nix können. Ein Bär hat nicht mehr Angst vor dir als du vor dem. Das sagt man nur über Viecher, die nix drauf haben, ist ja klar, weil die völlig zu Recht mehr Angst haben. Die essen Bär will ich einfach nur verkloppen. Ja, eben. Und wenn Klapperschlangen zu Hause sich unterhalten und dann sagen, sind Menschen gefährlich, dann sagt Klapperschlange zu anderen Klapperschlangen, sagt er, nee, nee, die haben mehr Angst vor uns als du vor denen. Und da stimmt es dann wieder. Und das stimmt. Ja, weil die sind stärker. Ja, da waren jedenfalls alle schlimm. Ich weiß nicht mehr, warum ich es erzählt habe, aber so war es. Aber das finde ich wirklich, das finde ich ein Ding. Das ist ein Ding, ne? Dass ihr mir das nicht gesagt habt. Ja, wir haben ja aufgepasst. Für die Kunst. Ja. Und dann musste ich da in das Erdloch, ne? Ja, stimmt. Wofür denn? Da wärst du nie reingegangen, wie du das anziehst. Ja, damit du so einen verschissenen Fernsehpreis kriegst, oder was? Wofür denn eigentlich? Jedenfalls war auch heute in der Sendung jemand mit solchen Viechers und auch die waren nicht, ach, der tausend ist. Bäh, komm nur richtig. Glaubst du auch eine Spinne? Ja. Mehrere. Und die sind dann bei, dann habe ich Jakob rangeholt. Gezwungen. Ja klar gezwungen, halt vor allen Leuten, ne? Ja. So, und dann sollte er die auf die Hand nehmen und dann kannst du dir vorstellen, was der für ein Theater gemacht hat. Und er wusste, er hatte halt im Kopf, das war das Ding, er hatte der private Jakob, wusste, wir haben jetzt keine Zeit für so einen Hampelmann, der hier so zehn Minuten, nein doch, nein doch, würdest du schneiden, ne? Ja, aber das Problem war, jemand sagt noch zu mir irgendein Arschloch, das war ja mutig, du Penner, das war überhaupt nicht mutig. Ich hab nur gesagt, scheiße, wir haben jetzt überhaupt keine Zeit dafür, dass ich jetzt einfach in so einen Prozess gehe, wo ich mir das privat vorstellen kann, diese Spinne anzufassen. Die Zeit tickt, das ist hier alles durchgetaktet, ich muss das jetzt anfassen und das, und dann hab ich da halt so kurz, und dann hab ich noch gesehen, weil du bist auch viel zu cool bei solchen Tieren. Ich lade auch sowas nie wieder ein, weil ich muss das immer auslöffeln, die Suppe, ne? Ja. Weil du, dich stört es einfach 0,0. Selbst als die dann mal so, die Spinne ist erst so, wie man es kennt im Fernsehen, so ein bisschen über die Hand getänzt und dann hat die sich auf den Weg gemacht, ne? So auf eigene Faust ist die dann nochmal deine Schulter hoch, ne? Links, rechts, links, rechts, soweit die Stiefel tragen. Und selbst da hat's dich nicht weiter, äh... Wie kam's denn, dass du mal so eine Boa als Schal hattest? Hat er auch jetzt heute wieder gemacht. Wir sind durch Thailand gefahren, damit, in so einem Auto und du saßt da und hast aus dem Fenster geguckt und hast deine Snacks gefressen und hattest halt so eine riesige Boa auf den Hals. Die haben wir doch freigelassen, weißt du das alles nicht mehr? Da waren wir doch, wir waren doch in so einem Schlangenzirkus oder irgendwas da in Thailand, da waren so Leute, die haben Schlangen dressiert oder wie nennt man das bei Schlangen? Dass sie Pfötchen geben. Ausgebeutet. Ausgebeutet, so, das ist der richtige Begriff. Und da sind wir hingegangen und haben getan, als würden wir uns interessieren für ihr Schlangen, für ihre Schlangenshow und dann haben wir uns die geschnappt und haben die freigelassen. Richtig. Weißt du das nicht mehr? Und dann sind wir aber in so einen Van rein. Sind in so einen Van rein, sind abgehauen damit und haben die dann irgendwo am Straßenrand, wo wir den Eindruck hatten, hier ist eine schöne Ecke für eine Schlange, da wo die ja auch leben, haben wir die dann freigelassen. Kapisch. Habe ich das nicht geträumt, dass du da deinen Snickers gefressen hast und eine Schlange um den Hals hattest. Wir mussten ein Stückchen fahren, damit die die nicht sofort wieder einfangen. Und deswegen, und in der Zeit habe ich dann Snickers gegessen. Genau. Ey, wir haben hier, um jetzt mal ein bisschen Hochkultur einzuflechten, diesen Podcast. Das muss jetzt gerade noch sein. Wer soll sich dafür, also wer jetzt noch dran geblieben ist, nach all dem, was wir schon vornehmen, und jetzt sagt, jetzt kommt Hochkultur. Also wie verrückt, was für eine Person muss das denn sein? Wir haben hier vor ein paar Wochen gesprochen über die Doku von, über Lars Eidinger. Und da habe ich gesagt, ich habe von der nur in der Süddeutschen Zeitung gelesen und da wurde in dem Artikel versprochen, dass die mit einem Zitat veritablen Wutausbruch beginnt und da war ich praktisch huckt und habe gesagt, das ist was für uns, das müssen wir gucken. Mittlerweile konnte ich diesen Film sehen und ich muss euch sagen, ich habe einen komplett neuen Blick auf Lars Eidinger bekommen, denn grundsätzlich würde man sagen, Lars Eidinger ist irgendwie so ein Enfant Terrible, so ein verrückter Typ, der irgendwie mit einer Designermarke so all die Tüten macht und irgendwie dann Fotos macht mit Obdachlosen und dann scheißt er auf die Bühne, dann schreit er hier, dann legt er da als DJ auf und irgendwie hat man, aber wie ich jetzt feststelle durch die Doku, so ein komisches Zerrbild von Lars Eidinger und man verlacht ihn, würde ich sagen, auch als irgendwie, ja, so abgehobenen Schauspieler, so einen verrückten Typen, wo man sagt, ach komm, ist doch alles nicht nachvollziehbar. Was die Doku aber schafft, ist den Künstler Lars Eidinger und das meine ich jetzt mal ausnahmsweise ohne eine Konnotation oder einen faden Beigeschmack, sondern wirklich den Künstler Lars Eidinger zu zeigen, wirklich, der ein Künstler ist im ursprünglichen Sinne, der wirklich als Schauspieler nicht nur das Werkzeug ist von verschiedenen RegisseurInnen, die ihn irgendwie inszenieren und er sagt halt seinen Text auf, sondern wirklich jemand ist und das ist wirklich gelungen, das zu erzählen, der das Theater liebt und der wirklich versucht, seine Grenzen auszuloten im Spiel und während ich sowas erzähle, klingt es schon irgendwie verkünstelt und abgehoben und ich versuche euch mitzunehmen, dass ihr mich wirklich versteht, worauf ich hinaus will, nämlich da ist jemand, der die Kunst und die Worte und ein Shakespeare-Text wie sein oder nicht sein, also Hamlet, so sehr ergründen will und das mit seinem Körper spielen will, was die innere Zerrissenheiten sind, der so sehr etwas zeigen möchte auf der Bühne in einem wirklich künstlerischen Prozess und da meine ich nicht die ganzen beschissenen Filme, die so gemacht werden, sondern wirklich auf einer Bühne vor Leuten, auch in einem Probenprozess mit Regisseuren, der so sehr etwas anbietet und zeigen will, dass es mich wirklich tief bewegt hat, weil es nämlich nicht nur ein völlig abgehobener Künstler, der Gefangener ist, wie wir es ja auch schon oft beschrieben haben, seiner eigenen Hybris, der, weil er dem Professor im Tatort spielt, glaubt, er ist selber ein wahnsinniger Intellektueller, sondern wirklich jemand, der ein Herz hat für die Kunst und diesen Blick auf Lars Eidinger habe ich gewonnen, nachdem ich wirklich, muss ich sagen, in den letzten Jahren einen anderen hatte und ich war wirklich tief beeindruckt, weil es diese Doku auch schafft, immer wieder die Theaterstücke und die Themen des Theaters einzuwähmen in die Biografie von Lars Eidinger und er spricht dann eben diesen Text, sein oder nicht sein und es hat mich im Leben noch nie so berührt, wie da, wie er das erzählt hat, wie er sich den erarbeitet hat oder ihn zu sehen bei den Proben und bei der Erarbeitung des Jedermanns, was er in Salzburg gespielt hat, dabei zu sein, wie er eine Rolle erschließt und wie er dann zu diesem Wutausbruch kommt, der da angekündigt wird, der natürlich auch lustig ist, natürlich muss ich auch lachen bei so einem Wutausbruch, ein Wutausbruch hat eine unheimliche menschliche Intensität, aber wie kommt er dahin und die Geschichte ist die, dass er etwas Hochemotionales spielt und wirklich die Augen weinen und der ganze Körper weinen und er ist ganz tief in der Szene und in dem Moment plant der Regisseur ein bisschen den nächsten Tag mit seiner Assistentin und er ist nicht bei ihm, er ist nicht bei diesem Spiel und darüber flippt er aus und in Wirklichkeit flippt er aber aus, weil er sich verletzlich macht, um das zu erarbeiten und weil er sich dann schämt darüber, dass er solche Emotionen anbietet und dann nicht aber die volle Aufmerksamkeit hat, er fühlt sich dann auf einmal nackt und ausgeliefert und wie selbst gedemütigt und er flippt da aus und was ich aber irgendwie auch großartig von ihm finde, ist etwa halbe Stunde wahrscheinlich danach geht er wieder hin und entschuldigt sich auch vor allen, die das miterlebt haben und ordnet das irgendwie ein und das ist irgendwie, muss ich wirklich sagen, ja, ich hoffe, ich konnte dem nahe kommen, was diese Doku mir eröffnet hat, ich kann sie sehr empfehlen, ich war wirklich begeistert von der Machart der Doku und wirklich von Lars Eider. Wie bei uns damals in Australien, so lange. Ohne Entschuldigung. Aber ich will wirklich sagen, könnt ihr mir folgen, was ich meine, was ich mit diesem Kunstbegriff meine? Ich will auch dazu sagen, ich habe auch die Möglichkeit, den Film zu schauen und ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, weil ich das immer so vornehme, ist es jetzt noch im Kino, also kann man sich anschauen. Aber ich habe auch sonst die Gelegenheit, hätte ich mir das auch so mal anzuschauen und habe mir dann immer, weißt du ja, wie das ist, weil mich interessiert das wahnsinnig und dann nimmt man sich so vor, das mal in Ruhe, wenn man mal Zeit hat und nicht, wenn man die Aufmerksamkeit hat und jetzt gerade bin ich mit dem Kopf irgendwie mal hier, mal da und irgendwie denke ich so, ich gucke dann vielleicht nicht genau genug hin und bin ich konzentriert genug, um das jetzt wirklich da so zu verarbeiten, wenn einer sich da viel Mühe gegeben hat und ist ja nun auch nicht ganz unkomplex, so zu erfahren, wer er ist und so. Deswegen würde ich das noch mal in Ruhe mir genau anschauen. Aber ich muss schon sagen, dass ich neben all dem, was du gerade so als Karikatur dessen, was man immer so von ihm so mitbekommen hat, wenn man denn möchte, das ist ja nun auch leicht, haben wir ja auch manchmal so aus Klatsch gemacht. Klar, haben auch unsere Scherze gemacht. Ja, aber dieses Bild, also wenn ich jetzt so ehrlich darüber nachdenke, über ihn und was er so macht, hatte ich eigentlich nie. Also ich hab das, was du jetzt so beschreibst, ohne dass ich jetzt den Beleg aus der Doku habe, aber den Beleg, ich hab ihn ja auch mal an der Schaubühne selber mal gesehen und so, das ist schon, das ist schon der Wahnsinn. So und das, das ist mir auch nie, also wenn du sowas einmal gesehen hast und merkst, was der Unterschied auch ist. Ja, das will ich sagen. Was ist einfach der Unterschied zwischen jemandem, der das ganz gut kann und ihm? Das ist schon auch nochmal eine ganz sehr eindrückliche, das ist ja eben oft so, wie soll man denn so Kunst beschreiben? Weil du ja auch das Wort Künstler, wenn du sagst nicht Schauspiel, sagst Künstler. Und ich finde, Kunst heißt ja auch nicht immer, dass man jetzt immer alles schön findet oder so, sondern merkwürdigerweise ist der teilweise unerklärliche Kunstbegriff ja nur so zu beschreiben, als dass es einen Eindruck hinterlassen hat und der nicht mehr weggeht. Also es ist ganz oft so, dass wenn man so sowas erlebt, das kann ein Bild sein oder irgendwas, kann auch eine Bühnenshow sein, es kann, na was weiß ich, alles mögliche sein und man merkt, dass das so einen richtigen Eindruck hinterlässt, der auch nicht mehr weggeht, der ihn immer wieder da so hinbringt, wenn man dran denkt und das einen wirklich so rausreißt aus dem, was man eigentlich gerade gedacht hat. Und das hatte ich da zum Beispiel und das ist so die Prägung, mit der ich ihn sehe und wahrscheinlich auch nach dieser Doku noch sehen werde. Also ich fand ihn immer schon irgendwie toll und was das anbetrifft und muss da mein Bild wahrscheinlich gar nicht so sehr korrigieren. Aber Schmiti, du warst ja auch mal am Theater. Wir haben uns auch schon mal, erinnere ich mich, vor ein, zwei Jahren auch so ein bisschen lustig gemacht, auch über Schauspieler und gerade diese Theatergranten, wo man so das Parkett knarzen hört und die sich selbst wahnsinnig wichtig nehmen und so. Aber kannst du damit was anfangen, was ich beschreibe, also dass sich jemand so wirklich zum Werkzeug für die Kunst macht und so sich auch irgendwie so öffnet und bereit ist, auch wirklich das zu fühlen, was in den Texten ist und wirklich so sich voll hergibt für das, was da steht? Naja, also ich kann das auch jetzt, ohne dass man jetzt ein Insider ist, weil wir jetzt nicht die Erfahrung haben beim Theater oder wirklich sich damit auseinandergesetzt hat. Ich habe immer nur so am Rande mitgekriegt, teilweise auch durch Freunde und Freundinnen, das fängt schon an, die sich zum Beispiel an Schauspielschulen bewerben, so an der Ernst Busch in Berlin oder Max-Reinhardt-Seminar und solche Sachen und das ist ja auch eine sehr harte Auswahl, weil die ja genau nach den Leuten suchen, die das, was du jetzt gerade über Lars Eidinger beschrieben hast, vielleicht irgendwann auch mal mitbringen oder irgendwo da in den schlummert und man merkt da schon bei diesen Castings sozusagen, also diesen Vorstellungsrunden und man muss dann ein Stück spielen oder eine Rolle spielen, einen Dialog spielen, einen Monolog spielen, da musst du schon so hart einstecken, auch Kritik einstecken und die sind relativ rigoros, da gibt es ja zig Dokus drüber, auch wo die begleitet werden bei Castings und ich glaube, das begleitet jeden Schauspieler erstmal grundsätzlich, dass man permanent damit leben muss, dass man abgewiesen wird und das auch zu trennen, wann werde ich abgewiesen als Person und wann wird meine Rolle abgewiesen, also ich passe vielleicht nicht in die Rolle, das ist so schwer zu definieren, mit solchen Sachen haben auch wir manchmal Probleme, also wo ist so, weil wir halt keine Schrauben zusammendübeln, den Wert unseres Berufs irgendwie zu erfassen, das ist manchmal auch schwer und ich glaube, das potenziert mal tausend bei Schauspielern. Ja, vor allem, weil ich glaube, was so gemein ist, sind so zwei Faktoren, die so gemein sind, gerade die eigentlich zartesten Wesen, die ganz durchlässig auch sein müssen in ganz bestimmten emotionalen Zuständen, die also diese harte Schale, die man ja manchmal im Leben so braucht, gar nicht so sehr sich aufbauen können, weil sobald sie die dann haben, kommt da nicht mehr viel durch und dann bist du vielleicht auch gar nicht mehr der gute Schauspieler oder die gute Schauspielerin. Das heißt ausgerechnet die, die sich eigentlich verletzlich halten müssen und immer zusehen müssen, dass sie ganz besonders empfindsam bleiben, die müssen dann mit dieser Ablehnung, die natürlich der Branche innewohnt umgehen, weil egal wie gut du bist, es gibt immer nur eine Rolle, die besetzt wird. Und selbst wenn 80 gute Schauspieler und Schauspielerinnen zu dem Casting gehen, werden selbst 79 fantastische Schauspieler wieder nach Hause gehen. Vielleicht auch drei total Beschissene, aber wer das ist, weiß man nicht und man weiß es selber, mit genügend Abstand zu einer Prüfungssituation wird man in der eigenen Wahrnehmung von Tag zu Tag schlechter gewesen sein. Und das ist furchtbar alles. Ich glaube, was wir ja auch schon öfter mal hatten, dass man Leute vor der Kamera hatte oder in Shows hatte, die vielleicht so, wenn man so ein bisschen Abseits kennengelernt hat, relativ schwierig waren oder dann auch so Befindlichkeiten und man tut das dann immer so ab. Ja, Gott, der hat durchgeknallt oder wieder einer vor der Kamera, der völlig verrückt ist eigentlich. Und auf der anderen Seite ist man dann so ergriffen, wenn die zum Beispiel ein wahnsinniges Talent haben zu entertainen, die kommen in den Raum, das ganze Publikum ist begeistert, den oder die zu sehen und es ist irgendwie, es hat so eine, die haben einfach dieses Talent. Und ich glaube, du kriegst das eine, du erwartest ja fast das Unmögliche, nämlich, dass jemand so einen Raum füllt, ein Theater füllt, sich so in eine Rolle reinlebt und gleichzeitig lebt. Das ist so ein deutsches Denken, als wäre es, der müsste auch Abseits so sein wie so ein Beamter. Der müsste eigentlich noch die Karten. Also wie ein Lehrer, weißt du, so ein ganz Vernünftiger und dann freut man sich. Der war ja nett, Mensch, der war ja ganz nett, der war ja un, der hatte ja kein bisschen Splin, der hatte keine Marotten. Auf der einen Seite sollst du so eine Urgewalt sein, aber wenn Ben Becker das dann jetzt nicht, am Ende der Sekunde, wo er die Bühne verlässt, sofort abschaltet, dann ist es auch nicht gut. Exakt. Das ist, finde ich, wahrscheinlich auch so deutsch, dass man halt denkt so, wir wollen diesen Star-Appeal und wir wollen all die Magie, die die ausstrahlen und gleichzeitig sollen sie sich aber verhalten wie ein Biedermeier. Ja, das kannst du aber natürlich nicht an- und ausschalten wie ein Lichtschalter. Da fällt mir noch ein, Jakob, ich habe es dir schon mal erzählt, ich war bei Quentin Tarantino auf einer Lesung in Berlin, gehalten von, Steven Götchen hat den interviewt. Zu seinem neuen Buch Cinema Speculation, gutes Buch, geht es vor allem darum, wie ist er zum Kino gekommen und wie hat ihn das beeinflusst. Blacksploitation, Kino aus den 70ern, wie in der Jugend hat er zum Kino und zum Film gefunden als Regisseur. Und da geht es auch um verschiedene Schauspieler und er nennt zum Beispiel in einem Kapitel Steve McQueen, das war für ihn so der absolute Schauspielgott. Und zwar, das ist konträr zu Lars Eidinger, der meinte, das war einer, der hat, wenn er eine Szene hatte mit vier, fünf Leuten im Raum, da hat er freiwillig seinen Text abgegeben und hat gesagt, du, den Part kannst du doch noch sagen, du kannst den Part doch noch sagen, ja, was machst du dann, ich sitze hier einfach und schäle einen Apfel. Und da haben die alle gedacht, was ist, schön blöd, ne? Aber der wusste, instinktiv, dass er der coolste im Raum ist, wenn er einfach schweigend in der Ecke sitzt, eine geile Fresse aufzieht und diesen Apfel schält. Und er meinte so, das ist das Gegenteil von diesen, von Schauspielern oder Schauspielerinnen, die sich dann in dieser Rolle sagen, denn der wollte nichts anderes als Filmstar sein. Und das ist nochmal ein ganz anderer Beruf und er meinte so, der einzige Star, den er kennt, der das heute noch hat, dasselbe, nämlich kein großer Künstler, nicht Al Pacino sein und noch den Hamlet drehen und noch diesen das machen, sondern so, Filmstar sein ist Brad Pitt, der frisst, in jeder Szene frisst er einen Burger, weil seine Wangenknochen so geil vibrieren. Oder der überlegt sich sehr lange, wie er in Once Upon a Time in Hollywood auf dem Dach steht als Dachdecker und sich das Hemd überstreift, so auszieht. Und der lebt dafür gar nicht die große Schauspielkunst, die wir jetzt eben hatten, sondern so, ich will Movistar sein, Movistar, mein Gesicht soll 20 mal 40 Meter am Potsdamer Platz hängen. Ich will der geilste sein, der in diesem Raum ist, der in diesem Film ist und wenn, ich sag nur drei Sätze, aber die sind die geilsten, die bleiben in Erinnerung. Das ist mein Ziel. He can open a movie. Yes. Das kann Brad Pitt, das kann George Clooney. Das sind, glaube ich, so die zwei Typen, die ich beide gleichermaßen in den Wunder. Ja, wirklich, also ich kann den Film sehr empfehlen, sein oder nicht, sein Rainer Holzmer, der uns tatsächlich einfach so, weil er das, glaube ich, im Podcast gehört hat, dass wir uns da schon drauf gefreut haben, den Film zur Verfügung gestellt, um ihn uns anzuschauen und ich muss sagen, mich hat lange keine Doku mehr so berührt und auch so gefesselt. Auch das ist ja, inzwischen haben wir auch schon oft besprochen, ein Kunststück, dass man nicht irgendwie das Handy hinnehmen will und zwischendurch was googelt, sondern einfach guckt und hinschaut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mich bei Steve McQueen, erinnere mich nur mal an ein Interview, was ich gesehen habe, das war auf irgendeinem roten Teppich. Da wurde Horst Buchholz so am roten Teppich abgefangen. Deutscher Schauspieler, vor, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren gestorben oder so. Und der hat mit Steve McQueen auch zusammengearbeitet und gedreht. Und der lief dann so in Deutschland bei irgendeiner anderen Veranstaltung über den roten Teppich und wurde so gefragt, der Steve McQueen, wie war der denn so? Und dann überlegt er kurz so eine halbe Sekunde und sagt, das war ein Arschloch. Echt? Und dann geht er weiter und kommt nochmal zurück und sagt, das war ein Arschloch. Ein Arschloch war das. Und geht dann wieder. Und das muss also, ja, ein spezieller Mann gewesen sein. Das war dem richtigen Bedürfnis, das noch dreimal zu unterstreichen. Das ist auch schön. Das ist der dritte Künstler. Aber hier zum Beispiel dieser Typ, der lange Traumschiff gespielt hat, der Kapitän war. Wisst ihr noch, wie da hier dieser ganz zerfurchtende Gesicht? Sascha Heen? Nee, nicht Sascha Heen. Siggy Rauch. Siggy Rauch. Der war zum Beispiel ein richtig guter Kumpel von Steve McQueen. Und Steve McQueen hat ihn auch wirklich in Deutschland besucht und die haben zusammen abgehangen. Siggy Rauch? Ja, wirklich. Wirklich? Ist ja ein Ding. Du war ein richtiger Kumpel. Ja, damals war Traumschiff war auch noch was, ne? Absolut, ja. Aber ich glaube, es hatte mit dem Traumschiff wenig zu tun, sondern die haben irgendwas anderes gespielt zusammen. Ja, nee, aber ich sag ja, da wurden also noch da so Schauspieler dafür genommen. Ja, zum Teil. Also ob das jetzt, das war doch so, wahrscheinlich jetzt vom Drehbuch her jetzt auch nicht viel kleinteiliger oder komplexer oder was. Aber das war irgendwie noch so ein Amt. Das wäre, muss ich übrigens sagen, das wäre nochmal ein Traum für mich. Ich würde wirklich gerne einmal ein Traumschiff-Drehbuch schreiben. Ein Drehbuch schreiben? Ja. Ja, aber wenn du dich da dransetzt, dann weiß ich nicht. So ein Plot würde ich gerne aufschreiben. Ja, aber sei mal vorsichtig. Also seit da der alte Rademann nicht mehr die Zügel in der Hand hält, das war ja der berühmte Produzent, der das auch so, er nicht so der, also der ein bisschen, ist er so ein bisschen wie der Colonel Parker vom Traumschiff. Das so kommt einem zumindest vor. Der hat das ganz, ganz lange produziert und war offenbar auch, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich kenne immer nur so, was man so mitkriegt, also richtiger Dinosaurier der Produzentenlandschaft. Also das ist so, die geistigen Nachlassverwalter von ihm sind also schnell dabei. Wenn mal einer sagt, ich will da mitspielen, dann kommen die und sagen, ja wann denn? Morgen? Ja? Und wenn du jetzt sagst, du willst ein Drehbuch schreiben, dann schreien die Juhu und da wird der Rotkäppchenseck geköpft und da heißt es ja, dann soll der doch machen. Ich will jetzt auch nicht die Arbeit damit haben, bin ich ganz offen. Ich möchte aber den Grundplot, wo ich so schreibe, dass ein mysteriöser Mann an Bord geht und den haben sie aber schon vorher im Taxi kurz getroffen und dann kommt so raus, das war eigentlich der Bruder und so, der aber verschollen war und so und den muss man jetzt aber nochmal suchen auf Tahiti oder was. Tahiti, Tahiti, auch scheißegal, da wird der gesucht auf so einem Markt und dann kommt so ein geheimnisvolles Motorrad und ach, da kann ich Stunden lang sein. Da kann man sich glaube ich ganz gut so, weißt du, ich glaube da kann man so machen, als wäre man voll der Riesenstar, wenn man da so mitspielt oder auch einer ist von der Crew, dann fahren die da nach Bora Bora oder was, sind dann da irgendwo in Schießmichtod und da legen die dann an und machen dann da so Drehgedöns, dann bauen dann da irgendwelche Scheinwerfer auf und machen dann sowas und die Leute von vor Ort denken dann, boah guck mal Hollywood und so denken die dann wahrscheinlich, dann sonnen die sich so ein bisschen in der Unwissenheit dieser Leute, die können ja nicht wissen, dass das irgendwie ja in Deutschland jetzt nicht Also es gefällt mir überhaupt nicht, wie du hier Leichenflatterei am Traumschiff also das Traumschiff Leichenflatterei, das ist doch schon, dass du das als Leichenflatterei, das war doch der größte Schubser ins Grab hier gerade. Also es ist ein also ich gucke immer Traumschiff, es läuft ja immer zu Feiertag und ich gucke das mit einem Genuss. Ist eine Scheiße. Da mal! Ich möchte mich distanzieren von meinem Kompanion, ich gucke es mit Genuss. Ne. Doch, wirklich mit Genuss. Ach, lügt doch nicht. Doch, es ist richtig schön. Das gehört für mich dazu. Kann man nicht aushalten. Es ist wie so ein Kaminfeuer irgendwie an so einem Feiertag. Aber warum nicht gleich dann einfach ein Kaminfeuer? Auch in der Beschissenheit. Sag mal Schmitti, also das Beste ist doch zum Beispiel, wenn eine neue so abzukulten da einfach diesen Schrot da. Wenn eine neue Insel angefahren wird, dann gibt es immer so die Ansage vom Kapitän und das ist wirklich eins zu eins von Wikipedia abgetippt und drüben. Dann liest er immer so, dass wir den Wikipedia-Artikel über was ich bora bora vor. Jetzt erreichen wir bora bora und dann wird das einfach so vorgelesen. Also herrlich. Toll. In den herrlichen Stränden. Kann ich euch jetzt, jetzt ist ja der Podcast vorbei, ich würde euch jetzt noch was erzählen, was euch wirklich interessiert. Okay, was denn? Wer ins Sommer ist das? Sag Thema erst. Nee, sag Thema erst. Nee, es ist Succession. Oh, ich bin auf dem neuesten Stand, Schmidim. Sehr gut. Ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand. Scheißegal, braucht man nicht. Ich bin in den Rabbit Hole wieder. Eine Folge fehlt mir noch. Pass auf. Und das ist fast, das passt fast zu unserer Lobpreisung von Künstlern, die wir jetzt so im letzten Drittel ein bisschen aufgehoben haben. und ich bin da, ich weiß nicht mehr wie, ich fand glaube ich von diesem Roman Roy fand ich irgendeine Jacke gut. Irgend so was Blödes. Das ist dein Emily in Paris oder was? Ja. Du fängst da an zu googeln da, wo die den Schmuck herhaben. Ja, aber natürlich, du, die Serie spielt bei den absoluten Multimilliardären und da wollte ich nur mal so gucken, wie die sich da, was die da so raushauen für das Kostüm der Serie. Oder welche Uhr die hat, wo man sich denkt, uiuiui, haben die dann die echten Uhren in dieser Preisklasse, die ja teilweise halbe Millionen kosten und so weiter. Oder wie wird das gemacht? Da habe ich so ein bisschen rumgegoogelt. Und dann ist auf einmal so eine Welt aufgegangen, es gibt den kompletten Fashion-Trend, ausgelöst von Succession, von Hidden Luxury heißt der. Ja, weil die haben die Royce, also diese super reiche Family, die hat überhaupt nicht so Markenklamotten. Die laufen nicht mit Gucci rum, die laufen nicht mit, also name it. Und, sondern die haben immer, meistens der Candle hat so eine Schiebermütze, die ist einfarbig, da ist keine Marke drauf. In Wirklichkeit ist die auch von einem Designer, kostet 1000 Dollar. Und es geht aber in diesen Kreisen darum, dass man sehr teure Sachen anhat und guten Geschmack beweist, aber keine Marke und kein Außenstehender, der nicht in dieser Welt lebt, kann erkennen, was das für Klamotten sind und wie teuer die eventuell sind. Und wenn man das mal gelesen hat, durch die ganze Serie zieht sich immer wieder der Sport von den Leuten, wenn irgendjemand mit Gucci kommt oder mit Louis Vuitton oder die machen sich dann über die neue Freundin lustig, die eine viel zu große Handtasche hat, die ist ja lächerlich groß, hat sie da drin ihre Turnschuhe für die U-Bahn-Fahrt oder was. Es geht immer darum, sobald irgendjemand, das ist für die so das Zeichen, der gehört gar nicht dazu. Und dann kommt das Geniale, also wo man wirklich die Kunst des Kostümbildners irgendwie zu schätzen weiß, weil du kannst, und das wird da an tausend Beispielen, kannst du im Internet nachgoogeln, die Gemütslage und das Verhältnis der einzelnen Familienmitglieder zueinander und gegenüber der Familie anhand der Kleidung und der Uhren und der Brillen ablesen. Zum Beispiel, wenn Kendall Roy sich extrem von seiner Familie verabschiedet, wird er auf einmal Rapper und auf seinem Geburtstag gibt es ja auch diese fürchterlich peinliche Szene, wo er dann rappt und er hat auf einmal auch die Streetwear an und er hat genau diese, ich sag jetzt mal, Angeberklamotten, Gucci, Louis Vuitton und Co., die stippt er sich über. Wenn er sich wieder annähert, werden das wieder markenlose Klamotten. Wenn Tom seiner Freundin bei sich behalten Schiff für sich gewinnen will, dann hat er dieselben Uhrenmarke wie er an, eine recht feminine Cartier-Uhr. Die hat er in den ersten drei Staffeln an, weil er sie beeindruckt und in ihre Welt möchte. Und wenn sie sich dann trennen, nimmt er sich eine Audemars Piquet, eine dicke, fette, männliche Uhr, die gar nicht dicker und fetter sein könnte und die Cartier ist vergessen. Und so zieht sich das durch die ganze Serie, dass man anhand dessen, was die anhaben, einfach die Figuren und die Konstellationen zueinander hat. Zum Beispiel, Roman Roy hat immer dieselbe Uhr in einer Staffel, in der er sich an den Vater ranwanzt, wie der Vater. Oder Roman Roy hat eine günstige Uhr, um, wenn er zu dem Geburtstag von seinem Bruder geht, nee, zur Hochzeit, die ihn in den Dreck interessiert. Von Connor? Ja, von Connor. Da geht er da hin und hat so eine, die habe ich, um Gottes Willen, es sind keine realistischen Preise, aber es sind eine 5000-Euro-Uhr, ist jetzt für einen Multi-Multi-Multi-Milliardär, ist jetzt kein Ding, das ist wie, wenn wir uns eine Swatch umlegen. Und das ist... Ich trage in der Sekunde eine. Genau, sehr schön. Und ja, und so, das finde ich wahnsinnig faszinierend, die geben sich da, das ist so krass, wie die, was die darüber erzählen, wie die was anhaben. Boah, das ist wirklich super interessant. da werde ich dir praktisch auf deinen ausgetretenen Internetpfaden, werde ich dir hinterher googeln. Ja, kannst du auch auf Instagram, gibt es Succession Fashion. Da kannst du auch immer sehen, was die anhaben und wie. Ah, dann möchte ich mich auch wie so ein Meta-bescheidener Mann anziehen. Ja, und es macht sogar noch Sinn, wenn du so Typen wie Elon Musk und Co. Oder auch Bill Gates, also den wirst du nicht sehen mit einer Richard Mill für 500.000. Ja gut, weil das ist auch die hässlichste Uhr der Welt und die ist letztendlich, Richard Mill, sagt man ja auch, gerade die, das sind diese dreieckigen Uhren, die so Prinz Markus um ihn hat. Jetzt fällt da Kai Ebel der Kaffee aus der Hand, wo du diese Marke beleidest. Also wirklich. Entschuldigung Kai Ebel, du hast doch tolle Uhren. Nee, das ist halt schlau, weil die Richard Mill ist auf einmal so auf dem Markt aufgeploppt und keiner weiß so richtig, wo das so herkam damals und was ich nur so gehört habe, ich kann das nur so weitertragen, was aber natürlich auch Sinn macht, ist das natürlich eine extrem gute Möglichkeit, Geld von A nach B zu bringen. Werte. So eine Uhr kostet im Materialwert vielleicht, was weiß ich, ich kann es ja nicht sagen, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, kostet im Materialwert vielleicht mit dem, was da verbaut ist, vielleicht 2000 Euro oder 5000. Kostet aber als ideeller Wert in der Verknappung und in der limitierten Auflage am Ende international 500.000 Euro. Die kann man sich um den Arm machen und kann damit verreisen. Und dann sind die 500.000 Euro woanders. Ah, so habe ich noch nicht gesehen. so schnell kann man teilweise gar nicht das Geld von A nach B überweisen, wie da mal einer im Privatjet nach Südamerika geflogen ist mit der Uhr am Arm. Dass das auch noch irgendwie so eine Art, ja, sobald sich alle darauf einigen, dass das den Wert hat, ist es wie eine Währung. So. So kann es funktionieren und deswegen muss die nicht extra schön sein, diese Uhr, sondern extra teuer. Aber ihr habt begriffen und es ist mir noch wichtig, dass ich jetzt nicht rausgehe. Ich bin fasziniert von der Kunst der Kostümdesigners darüber eine Geschichte zu erzählen. Ich bin jetzt nicht, wo ich sage, oh Mensch, der hat das, die, da. Nein, das ist uns ja allen klar, dass du jetzt nicht auf einmal dem Luxus hier verfallen bist. Das sollte jedem klar sein. Du kannst nicht eine Serie machen über Medienmilliardäre und denen dann eine H&M-Buchse anziehen. Das geht halt nicht, das wäre einfach nicht. Es gibt ganz viele Figuren in der Serie, die haben Zara an und was weiß ich. Also wirklich Consumer-Sachen auch. Ja, aber du musst es verstehen. Du musst das dann bewusst einsetzen. Du musst dann sagen, die tragen das, die tragen das, weil das nun mal eben so ist. Du musst einfach verstehen, dass du diese Codes lesen kannst und eben auch wiederherstellen kannst. Das ist die Kunst, von der du da sprichst und das ist natürlich super interessant. Bei Bill Gates, also das ist nicht so eine Hidden Luxury, zumindest nicht seine Schuhe. Also als der mal bei uns war, da hatte der so Schuhe an, da wollte man den wirklich beiseite nehmen und sagen, du, hier oben haben wir ein Kostüm, was hast du denn für eine Schuhgröße? Ich gebe dir mal welche, weil die echt bald auseinandergefallen sind. Also die hat er entweder ganz doll lieb gehabt oder das ist ihm wirklich scheißegal. Tipp auf zweiteres. Ja. Die werden sich das ja auch nicht ausgedacht haben. Ich glaube wirklich, dass es in gewissen Milliardärskreisen, also die noch über dem, was so in Monaco und Canrum läuft und so was weiß ich, das da wirklich verpönt, weil das das Zeichen ist, du bist so ein, ja, also du hast es eigentlich in deren Welt nicht geschafft. Ja, aber das ist doch genau wie diese Doku über die Wohnung am Central Park, die in aristokratischem Besitz sind und Mariah Carey irgendwann mal so eine Wohnung da haben wollte und dieser Typ, der das da zu entscheiden hat, wer da eine Wohnung kriegen kann, mal egal wie viel Geld, er wurde dann da interviewt und hat dann so erzählt, der Mariah Carey, die kam jetzt hier mal an und dann hat er so, ja und kriegt die die Wohnung und hat gesagt, nee, you know, she's a clown. She has to sing for money. Of course not. Es ist eine verrückte Welt. Davon erzählt Succession. Es gibt einen wahnsinnig guten Dialog darüber, dass der eine jetzt 5 Millionen hat, Greg, und dann erzählen sie ihm, dass du damit der ärmste Millionär bist und so. Wahnsinnig witzig, ne? So ist es, ne? Ja, aber das erzählt doch auch Bushido immer in der Doku. Das ist halt ein Unterschied, wenn du wegziehst, ob du 40 Millionen hast oder 5 Millionen, dann muss man halt sich sein Geld anders einteilen. Und bei Bushido sind jetzt wieder 2 Millionen mehr. 2,2. Herzlichen Glückwunsch. So ist das, genau. Das geht da steuerfrei rüber, ne? Was war das jetzt für eine Folge eigentlich? Wir waren aufgedreht. Wir haben gewarnt. Wir haben den Podcast schon angefangen und haben gesagt, wir kommen gerade aus dem Zirkuszelt. So ist es. Und dann werden wir hängen in diese Abstellkammer und dann sollen wir hier irgendwas erzählen. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben uns wie so zwei Flaschenöffner in den Kork des Wahnsinns gedreht. Absolut. Und jetzt geht es wieder zurück. Ja, wir sind ja sogar zu dritt. Ja. So. Ne, Pfeife, und wie geht es dir eigentlich? Alles interessiert euch keine Sau. Wir machen jetzt Schluss. Ja, wieso? Er sitzt hier die ganze Zeit und guckt wie so eine Eule aus Schmittis TikTok-Feed. Ja. Okay, so, jetzt gehen wir aber nach Hause. Oder um es mit Ted Schweiger zu sagen, wir sind müde, wir gehen jetzt nach Hause. Alles Liebe, alles Gute. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.